Dann mach ich mich mal auf die Hufe. Die Äpfel werden sich nicht von selbst von den Bäumen schütteln. Hey! Oh nein! Wilde Herde! Hey! Jetzt klingt meine Stimme ganz lustig! Pinkie Pie, bist du wahnsinnig? Renn! Hör zu, Ponys, bleibt ruhig! Es gibt keinen Grund zur Panik! Frau Bürgermeisterin, was sollen wir jetzt tun? Seht mal da! Jeha! Wie kommt es zu deinem Geschenk? Andere Seite, Wynonna! Treib sie zusammen! Ich hab noch wie so eine tolle Rodeo-Show gesehen! Kommt schon, ihr Kälbchen! Dreht um! Wynonna, halt sie auf! Haha, gleich hab ich dich! Hm? 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 Braves Mädchen! Hey, hey! Jeha! Juhu! Ja! Ja! Halt! Also, was war denn das jetzt für eine Nummer? Tut uns leid, wir bitten um Verzeihung, Applejack, aber Muriela hier ist einer dieser fiesen Schlangen begegnet! Und das macht uns sehr nervös, kannst du das verstehen? Ja, sicher, ich versteh schon, aber das nächste Mal solltet ihr nicht unbedingt auf Ponyville zusteuern! Wir versprechen es dir, Applejack! Tschüss, bis dann, Wynonna! Ja! Applejack ist ein Messer! Jeeha! Jeeha! Ich bin ein Cowboy-Pony! Oh, Applejack, das war... Das war... Apple-Tastel! Ja, richtig! Zum Dank, dass Applejack die Stadt gerettet hat, sollten wir uns etwas einfallen lassen! Ich weiß schon! Eine Party! Alles fertig? Nur noch eine Kleinigkeit! Jetzt sind wir fertig! Ist Applejack schon da? Ich hab sie die ganze Woche nicht gesehen! Seit der wilden Kuhherde! Aber sie wird bestimmt kommen! Applejack kommt nie zu spät!